Es geht los! Wir fliegen jetzt! So, die Kaffee, was kommt jetzt? Wahnsinn! Es gibt Nässe! Die größten Schuhe! Hi! Ich kann nicht so lange trafen. Das könnte nicht schmecken. Also die Nudeln sind der Hammer! Und die sind vegan oder vegetarisch. Und vegetarisch ist Käse. Ja, und da gibt es Salat. Der Salat ist auch super lecker und schön grüß. Muss ich noch testen. Aber Essen, erste Klasse! So, jetzt gibt es hier einen afrikanischen Wein. Oh mein Gott, es wackelt alles so sehr. Ich versuche eigentlich irgendwie meinen Kaffee zu trinken, aber er ist heiß und es wackelt. Es ist schwer, es ist eine Challenge. Okay, african wine. Warum african? Warum Afrika? Warum kein Chilinischer? Ich komme aus dem Chilin. Nein, eigentlich nicht. Ich komme aus Deutschland, aber... Prost! Oh ja, das ist trinkbar. Alles klar! Es geht los! Wir fliegen jetzt! Ja! Toiletten-Selfies! Nein, Spaß! Ja, Mittagessen war der Hammer. Ich bin für mich selber überrascht. Ich fand cool, dass es keine Auswahl gab zwischen Etien oder sonstiges. Sie einfach direkt sagen, hier, vegetarisch, fertig. Und dann sehen wir, welche extra Wünsche aus. Das muss man für vorher angeben. Zum Beispiel, wenn der Quinteen unverträglich ist. Also, guter Job. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Und ja, ich habe gerade einen Film mit dem Nielsen geguckt. Keine Ahnung. Keine Ahnung. One whole night, was da vielleicht ist. Ich weiß nicht, ob ich Englischschritte habe. Das muss ich auch in Ordenskopf kriegen. Ich bin jetzt bald in Deutschland. Muss ich Deutsch reden? Griechenbuckeln? Dann drücken sich aus. Dann muss ich Buckeln. Ja, in die Platze. Oh, schrecklich. Der nächste Teil kommt. Bestimmt das Mittagessen. Na, Mittagessen war ja jetzt. Abendbrot, Früchte, keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall noch was zu essen gehen. Es gab noch fast Snacks. Die Cracker, aber es wackelt so krass. Und eine Wampel. Oh, das sieht lecker aus. Mal gucken. Moment. Müssen die Regeln. Der schmeckt sehr fruchtig und angenehm. Lecker. Crunchy und lecker. Krass. So lecker. Süß. Die sind alle da vorne im Schlafmodus. Also diese Raffeln. Boah. Oh, die Cracker. Und der Wüste-Riegel. Sehr lecker. Sehr lecker. Okay. Das war es jetzt aber auf diesem Video. Der nächste Teil folgt. Also ich habe mich jetzt noch entschieden, nochmal schnell mein Frühstück zu filmen. Damit wir ein Video haben über das Essen. Und ja, ich zeig euch das mal jetzt. Zuerst. Schön in schwarzem Tee. Und einen Tomatensaft. Obstsalat. Und ich glaube, das ist irgendwie sowas wie sein Joghurt. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was hier drin ist. Aber wir finden das jetzt gemeinsam heraus. Oh, es ist warm. Hot Snack. Es ist ein Brötchen. Wohl mit Käse und Tomaten. Wieder digitalisch. Ist okay. Lecker. Das Wohl ist super saftig. Schön frisch. Wohl gut drauf. 30 Stunden Flug. Sehr gut. Wir sind angekommen. Das war es mit diesem Video. Definitiv jetzt. Nächster Teil folgt. Ich werde gleich mal ein bisschen reden über KLM und Co. Aber ja, ich bin K.O. Ich muss jetzt zu meinem nächsten Gate Fahrschluss kriegen. Sieht wunderschön aus. Aber leider ist dieses Sonnenschutzfenster so ein bisschen nervig. Danke für diesen Flug. Und Entschuldigung, dass ich so oft erwähnt habe, das Video ist beendet. Müdigkeit und Unsicherheit. Ich habe keine Ahnung. Ich muss erstmal raussehen, wo ich jetzt hin muss. bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Was habe mich jetzt sehr interessiert. Ich bin für 2-3-3-4-3-2-3-4-2-3-4-5-4-2-4-2-4-7-3-4-4-4-4-5-4-4-5-4-0-4-2-4-4-5-5-4-9-4-5-4-4-5-4-5-5-4-4-5-4-5-5-5-5-5-4-5-5-5-5-5-6-5-6-5-6-5-5-5-5-5-5-6-5-6-5-6-5-5-1.